Hey ihr Lieben, ich wünsche euch einen wundervollen Tag. Hier ist der Veit mit einer weiteren Episode in meinem Podcast Seelen gefügelt für die Rebellen des Geistes. Ich habe heute etwas sehr Besonderes für dich und das lässt mich in einer gewissen Weise, ja wie soll ich es sagen, nackt fühlen. In zehn Tagen ist es nämlich soweit, wie mein neues Buch erscheint. Es heißt Genesis, die Befreiung der Geschlechter und ich darf ehrlich sagen, ich bin aufgeregt. Mir lag das Anliegen eines meiner Bücher noch nie so sehr am Herzen wie bei dem. Ich habe drei Jahre lang an Genesis geschrieben und ich bin zutiefst davon überzeugt, dass seine radikale und zugleich verbindende Botschaft für diese herausfordernde Zeit, die wir alle erleben, ermutigend und inspirierend wirken kann. Es geht in diesem Buch um Verständnis, um Vergebung und Neubeginn zwischen Mann und Frau, aber auch zwischen diesen mächtigen, männlichen und weiblichen Kräften in dir. Ich hoffe, dass Genesis einen liebevoll provokanten und zugleich heilsamen Beitrag nicht nur für die Versöhnung und Befreiung der Geschlechter leisten kann, sondern dafür, dass wir uns alle auf einer neuen Beziehungsebene wiederfinden können, der Co-Kreation. In den letzten Wochen war ich auch im Tonstudio und habe das Hörbuch aufgenommen. Und daraus möchte ich dir heute gern ein Kapitel vorlesen. Es erzählt dir vom Entstehungstraum des Buches und über den verwaisten Thron der Königin in unserer Welt. Wenn dich der Text berührt, freue ich mich natürlich sehr, wenn du dir das Buch bestellst. Und ich möchte hier an dieser Stelle allen Männern, die das jetzt gerade hören, sagen, hey Bruder, ich wünsche mir sehr, dass ganz, ganz viele Männer, also auch du, das Buch lesen. Es enthält gerade für unser Geschlecht eine sehr versöhnliche und inspirierende Botschaft. Und jetzt wünsche ich dir ein offenes Lauschen. Lass dich berühren, lass dich bewegen. Ich bin echt gespannt auf euer Feedback. Ich möchte dir von einem Traum erzählen, mit dem dieses Buch in mein Leben kam. Ich erinnere mich generell an viele meiner Träume und meist weiß ich, ob sie mich als Personen auf einer psychologischen Ebene betreffen oder ob sie aus einem anderen, weiteren, kollektiven Raum stammen. Als ich an diesem Morgen schweißgebadet erwachte, wusste ich, dass ich einen Auftrag gehalten hatte. Eine Botschaft, die in die Welt muss. In diesem Traum hatte die Erde gebrannt. Die Wälder standen in Flammen. Überall war Krieg. Familien waren zerstritten. Und es war klar, dass die Menschheit kurz davor war, sich selbst auszulöschen. Trotz der vielen schrecklichen und traurigen Bilder war ich sehr ruhig, wie ein Beobachter aus einer anderen Dimension. Eine Stimme sprach in diesem Traum zu mir. Schau hin. Die Erde brennt, weil der Thron der Königin leer ist. Es ist mir fast unmöglich, wenn ich darüber spreche, diesen Thron mit Worten zu beschreiben. Ich sah ihn überdeutlich. Doch es war kein Thron wie aus einem Märchenfilm. Es ging nicht um eine einzelne Königin. Es war ein wesentlich mächtigerer Thron auf einer energetischen, archetypischen Ebene. Mir wurde in diesem Traum offenbart, dass wir Menschen in unserem physischen Körpern quasi nur eine, und zwar die gröbste Ebene eines kosmischen Schauspiels sind. Wir alle werden in jedem Augenblick von wesentlich feineren, einflussreicheren, geistigen Feldern benutzt. Je nachdem, wie wir unseren Geist ausrichten, docken wir an Feldern sehr unterschiedlicher Qualität an. Und diese drücken sich dann durch unsere Worte, Gefühle und Taten auf der Erde aus. In diesem Traum war es so kristallklar zu erkennen, dass die archetypische Macht der Königin seit tausenden von Jahren nicht mehr auf der Erde willkommen war. Vielleicht war sie es auch noch nie. Ich sah im Traum, wie alte Priesterinnen, Sängerinnen, moderne Unternehmensführerinnen ihr Leben dafür gaben, den Kanal zu diesem Feld der Weiblichkeit aufrechtzuerhalten. Doch sie waren einsam und zu wenige. Zum Beispiel sah ich Lisa Girard, der Musik ich sehr schätze, und ich verstand plötzlich, warum diese Frau für ihre Musik eine nichtmenschliche Sprache erfunden hatte. Wenn du sie noch nicht kennst, hör dir ihre Lieder an und du wirst verstehen, was ich meine. Die Stimme im Traum lehrte mich weiter. Es ist dringend notwendig, dass jede Frau diese Königin in sich findet, und ihr den Thron bereitet, den sie verdient hat. Frauen müssen mehr in Führung gehen. Nicht als Kopien von Männern, sondern als Königinnen. Ich habe lange überlegt, ob ich diese Eindrücke mit dir teile, denn das Letzte, was ich in deinem Kopf erzeugen möchte, ist das Bild einer Frau mit einem Krönchen auf dem Kopf. Die Königin, die ich gerne in dir ansprechen möchte, und zwar egal, ob du eine Frau oder ein Mann bist, ist eine unsichtbare, unermesslich machtvolle Quelle von Liebe und Weisheit. Sie ist keine Idee, sie existiert real, und sie fehlt hier auf der Erde. Und deshalb brennt unsere Erde. Als ich aus dem Traum erwachte, blieb ich gebannt von der so frischen Erinnerung liegen und fragte mich im Halbschlaf, was ist meine Aufgabe als Mann? Was kann und muss ich beitragen? Und die Antwort kam prompt. Deine Aufgabe als Mann ist es, dich und deine Brüder herauszufordern, den König auf dem Thron zu wecken. Denn der sitzt da, seit tausenden von Jahren, allein, herrschend, und doch so blind. Der König hat seine Würde verloren. Es ist Zeit, dass der König in uns Männern erwacht. Und danke hinaus und bitte alle Frauen, ihren Thron wieder oder zum ersten Mal voll einzunehmen. Ich fragte weiter. Frauen brauchen keinen Mann, der sie bittet. Sie haben die Macht, den Thron selbst einzunehmen. Das stimmt. Doch es macht einen bedeutsamen Unterschied, ob die Königin kämpfen muss, um auf den Thron zurückzukehren, oder ob sie respektvoll eingeladen wird. Sie kann kämpfen, oh ja. Das haben Frauen in all der Zeit bewiesen. Doch ihre wahre Natur ist Hingabe. Frauen sind müde vom sich behaupten müssen. Ihre wahre Schönheit Werdet ihr Männer nur zu Gesicht bekommen, wenn ihr freiwillig den Raum bereitet, in den hinein sie sich entfalten kann. Und ich fragte weiter. Was hab ich den Frauen und den Männern zu sagen? Und die Stimme in mir sprach, begegne jeder Frau als ein Stellvertreter des gesamten männlichen Feldes. Sag ihr aufrichtig, was euch Männern leidtut. Bitte sie um Frieden. Bitte sie endlich auf ihre Weise, in allen Bereichen in Führung zu gehen. Finde die Worte, die sie aus dem Mund eines Mannes hören muss, damit ihre Wunde heilen kann. Begegne deinen Brüdern als Bruder, als ein Mann, der neben ihnen steht, der von denselben Fragen bewegt wird. Erinnere sie an den König in ihnen. Appelliere an ihre Größe. Bitte sie mit dir zusammen der Welt zu zeigen, wie schön Männer sind. Das war der Traum. Vor mittlerweile zwei Jahren. Ich begann dann, Vorträge dazu zu halten und ich saß in den Augen der Frauen und Männer, dass sie wussten, was ich meine. Und jetzt spreche ich zu dir und ich hoffe, dass ich die Worte finde, die du hören musst, um dich zu erinnern. Denn unsere Welt brennt wirklich. Vielleicht hast du gerade auf diese ernste Perspektive keine Lust, weil es dir gut geht. Doch wir müssen darüber sprechen. Denn du bist in dem, was für unsere Menschheit kommt, extrem wichtig. Ob du willst oder nicht, du wirst eine bedeutsame Rolle spielen. Die Menschheit steht an einer Weggabelung. Und wir alle entscheiden mit, wohin es von hier aus geht. Unsere Welt ist so offensichtlich aus dem Gleichgewicht. Sie brennt an so vielen Stellen, auf so vielen Ebenen. Es bräuchte das gesamte Buch, um all diese Feuer aufzulisten. Wir verbrennen im wahren Sinne des Wortes unseren Heimatplaneten. Wir wissen es. Und wir machen einfach weiter. Wir verbrennen die kreative Lust am Schaffen und das einfache Glück der Gegenwart in einer zwanghaft von Wachstum und Leistung angetriebenen Gesellschaft. Wir verbrennen unsere Freude am Arbeiten im Burnout. Wir verbrennen das geniale, kreative Potenzial unserer Kinder in völlig veralteten Bildungssystemen. Wir verbrennen die Hoffnung von Abermillionen Menschen auf ein gutes Leben durch brutale soziale und ökonomische Ungerechtigkeiten. Wir verbrennen die atemberaubenden Möglichkeiten so vieler Liebesbeziehungen in den starren Strukturen von Kleinfamilien. Wir verbrennen Nahrung, während woanders Kinder in Hunger sterben. Unsere Welt brennt. In gewisser Weise hat sie das schon immer. In Teilen konnten wir das Feuer bändigen. Doch jetzt hat der Zauberlehrling zerstörerische Geister entfesselt. Die Dinge entwickeln sich nicht mehr überschaubar, sondern disruptiv und exponentiell. Spätestens seit der Corona-Pandemie wissen wir, dass es nur eines kleinen, unsichtbaren Virus bedarf, um die Illusion unserer Kontrolle zutiefst zu erschüttern und viele Teile unserer Gesellschaft in Brand zu setzen. Unsere Welt brennt nicht nur außen, sondern auch in uns. So viele Menschen, vielleicht auch du, schmoren in der Hitze ungelöster existenzieller Fragen. In so vielen von uns entflammt, nicht mehr löschbar, die unbequeme Sehnsucht nach mehr Sinn. Wir haben so viel. Wir wissen so viel. Doch wissen wir auch, wofür wir all das haben und wissen. Wenn Bewusstsein erwacht und ich wette, das passiert in dir, sonst würdest du nicht so ein Buch hören, ist dies nicht nur nett. Neue Konflikte tauchen auf und erzeugen eine starke, geistige Reibungshütze. Es entsteht ein Wunsch nach einem guten, weltlichen Leben und seelischer Integrität. Es erwacht das Bedürfnis in uns, alles rational zu verstehen und zu starren. Innerlich Stille zu finden und da draußen auf dem Marktplatz mitmischen zu wollen. Das Mitgefühl mit all den Menschen, die in unserer Land strömen und die vielen neuen Fragen, die unser multikulturelles Miteinander aufwirft. All das sind Feuer. Bist du erschöpft? Ausgebrannt? Viele Menschen sind dies heutzutage. Warum ist das so? Ist das normal auch natürlich? Wir reißen uns so den Arsch auf. Wir lernen permanent dazu. Wir versuchen diesen fast aus dem Gleis springenden Schnellzug mitzuhalten. Doch wofür? Geht es hier noch um uns? Und ging es das überhaupt jemals? Oder bedienen wir eigentlich ein Monstrum der Umsatzzahlen? Schau, ich will dich nicht deprimieren. Ich muss aber einmal den Finger tief in die Wunde legen, damit klar wird, dass es in diesem Buch nicht um eine interessante Überlegung geht, sondern um unser Überleben und dann hoffentlich auch um unser Blühen. Warum müssen Krankenschwestern die Leben retten? Pädagoginnen, denen wir unsere Kinder anvertrauen oder Künstler, die diese Welt schön für uns alle machen, so oft um Anerkennung und eine faire Bezahlung betteln, anstatt täglich als Helden und Heldinnen gefeiert zu werden. Buckminster Fuller sagte einst, wir wären die Kapitäne eines Raumschiffes namens Erde. Doch wer von uns sitzt denn wirklich am Steuer? Und warum rasen wir feiernd auf eine Wand zu? Die Wissenschaft ist dem Menschen entereilt. Wir wissen intellektuell so viel, aber wir setzen erbärmlich wenig davon um. Die alten Institutionen und Unternehmen versuchen, wie riesige, schwerfällige Tanker ihren Kurs anzupassen und den Eisbergen auszuweichen, viel zu langsam. Fantasielos. Und währenddessen haben neue, elitäre, digitale Netzwerke längst das Ruder an sich gerissen. Und ich behaupte auch, sie wissen nicht wirklich, was sie tun. Sie manipulieren Verstand und Gefühl von Milliarden Menschen, ohne sich ihrer ethischen und karmischen Verantwortung vollbewusst zu sein. Sie fesseln Geister noch mehr in der Matrix, anstatt ihnen beim Erwachen zu helfen. Und während wir noch nicht einmal ansatzweise begriffen haben, was es bedeutet, ein Mensch zu sein, erschaffen sie, die nächste Generation leben. Künstliche Intelligenzen sind jetzt bereits schlauer als wir und manipulieren uns mehr, als sie uns wirklich nutzen. Sie diktieren uns ein Tempo auf, das uns ausbrennt. Diese Welt brennt an so vielen Ecken und Kanten. Ich könnte ewig sofort fahren. Doch das ist kein Buch der Verzweiflung. Es ist ein Weckruf für den Gestalter, die Schöpferin in dir. Denn du, und ich meine wirklich dich. Dich meine ich. Du wirst eine wichtige Rolle in dem spielen, was kommt. Vielleicht denkst du, ey, Feit, ich bin doch nur ein einzelner Mensch. Ich bin, ich bin doch so klein. Ich muss dich nicht persönlich kennen, um eines ganz sicher zu wissen. Du bist viel größer und mächtiger, als du denkst. Nicht in irgendwelchen Büchern oder Vorstandsetagen, sondern dort, wo du jetzt gerade atmest, dort, wo du diese Worte hörst, dort, wo du Fragen stellst, entscheidet sich die Zukunft der Menschheit. Ich bin kein verklärter Optimist. Ich sehe Nachrichten. Ich sehe das Böse, das Dumme in unseren Taten. Ich sehe die bedrohlichen Zahlen. Ich schaue hin, denn nur so kann ich meiner Verantwortung für die Zukunft gerecht werden. Doch ich sehe auch das Licht. Vielleicht liegt das an den glücklichen Umständen meiner Arbeit, denn ich komme tagtäglich mit Menschen zusammen, die das Gute wollen und die wirklich Lust haben, etwas Neues zu erschaffen. Ich glaube auch an Tipping Points. Ich glaube an die Zahl 3. Laut Zukunftsforscher Tristan Hawks braucht es etwa 3 bis 6 Prozent der Bevölkerung, um einen neuen Trend zu setzen. Vielleicht sind wir sogar schon viel mehr. Doch wir müssen uns stärker vernetzen und definitiv müssen sich viele Menschen in dem, was kommt, noch viel wichtiger nehmen. Unser Bewusstsein hat eine erstaunliche Eigenschaft. Wir verfügen über die Fähigkeit, in jedem Augenblick neu zu wählen. Wir können wiederholen, was wir gestern dachten und taten und erschaffen so eine Kopie von gestern. Oder wir gestatten uns heute und jetzt einen neuen Gedanken, eine neue Tat und betreten damit ein neues Universum. Die Menschheit steht an einer Weggabelung. Und ich wette, du auch. Dystopien aus düsteren Filmen könnten real werden. Vielleicht, skeptisch betrachtet, setzen wir das gesamte Experiment in den Sand. Für den Kosmos wird es nur ein winziger Lichtfunke gewesen sein, der kurz aufleuchtete und wieder erlosch. Doch was wird es für uns bedeuten, wenn wir als Menschheit scheitern, für den Geist in uns, der hierher kam, um frei zu wählen und bewusst zu erschaffen? Genesis ist wahrscheinlich ein im konservativ-religiösen Sinne ketzerisches Buch. Das Wort Genesis kommt aus dem Altgriechischen und bedeutet Schöpfung, Entstehung, Geburt. Die wahrscheinlich früheste und bekannteste Erwähnung finden wir im ersten Buch Mose und im christlichen Alten Testament. Genesis beschreibt dort die Schaffung der Welt. Zitat Am Anfang schuf Gott Himmel und Erde. Und die Erde war wüst und leer und es war finster auf der Tiefe und der Geist Gottes schwebte auf dem Wasser und Gott sprach, es werde Licht und es ward Licht. Ich glaube, dass es Zeit ist, dass wir diesen alten Gott in Frieden ziehen lassen. In einer Zeit, als wir sehr wenig über uns wussten, hat er uns als Polarstern gedient. Dafür haben wir ihn gefürchtet und verehrt. Haben wir den Mut, uns selbst als lebendige Genesis zu begreifen? Schöpfung fand nicht irgendwann im Himmel statt und ist nun erledigt. Was wäre das auch für ein unvollständiges Bauwerk? Genesis atmet, entwickelt sich weiter und zwar genau dort, wo du heute lebst, lernst und liebst. Dort, wo du leidest und erwachst. Gott ist noch lange nicht fertig. Gott spielt weiter. In deiner Küche, umgeben von schreienden Kindern, im ekstatischen Sex, dem Aufstellen deiner Steuerklärung und im nächsten Vorstandsmeeting. In der dunklen Verzweiflung einsamer Nächte auf dem Klo und während du diese Worte hörst. Gott spricht mit sich selbst. Gott erinnert sich daran, wer und was möglich ist. Der alte Gott, auf den wir warteten, den wir anbeteten und fürchteten, hat den Staffelstab an uns übergeben. Da, wo du lebst, wird die Welt erschaffen. Durch dich, durch deine Gedanken und Taten. Wir sind die Schöpferinnen und wir sind das Resultat. Ist das anmaßend? Nein. Es ist viel dreister, wenn du deine schöpferische Verantwortung verleugnest. Ja, es ist geradezu überheblich, wenn du Gott von dir trennst. Das, was die Mystiker und Mystikerinnen und Weisen aller Zeiten staunend und still und manchmal hilflos stammelnd versucht haben, mit dem Begriff Gott zu beschreiben, ist nicht da draußen. Es ist in dir, in jeder Zelle deines Körpers, in jedem deiner Atemzüge, in jeder Frage, die du dir heute stellst. Gott spricht diese Zeilen. Gott hört diese Zeilen. Gott erwacht in dir und in mir. Und das kann diese schöpferische Urgewalt nur, wenn wir sie von jenem externen Thron herunterholen in unser eigenes Herz. Aus dem fernen Himmel auf die verdreckte Straße. Unsere Genesis ist noch nicht vollendet. Sie fängt heute erst richtig an. Wenn wir aufhören zu warten und zu hoffen, wenn wir das Leben in uns ernst nehmen und die Auswirkung, die jede unserer Handlung auf alles hat. Und wenn wir anerkennen, wie sehr wir uns brauchen. Denn wir erschaffen einander. Ein starkes Ich und ein starkes Wir. Die Welt brennt auch, weil viel zu viele Menschen warten, dass die Lösung irgendwo da draußen passiert. Jemand wird kommen und es richten. Irgendeine Regierung wird doch wohl schlau genug sein. Ich wähle eine Partei und die macht es dann für mich. Nein, wir sind dran. Du und ich. Ich glaube, dass es so viele gute und begabte Menschen auf der Welt gibt, doch es fehlt derzeit auffällig ein gemeinsamer, für alle attraktiv leuchtender Mythos, um unsere Kräfte zu vereinen. Die alten Menschheitsgeschichten sind hoffnungslos veraltet. Die Versprechen der Aufklärung und der liberalen Leistungsgesellschaft sind massiv entzaubert worden und unsere aktuellen Regierungen vereinen uns nicht mit starken Visionen, sondern verunsichern eher durch hektische Kurswendungen, um die Wahlberechtigten nicht zu verschrecken. Kein Wunder, dass derzeit Autokraten und rechtsgerichtete Parteien an Macht gewinnen. Denn an angsterfüllten Zeiten sehnen sich Menschen nach einfachen Lösungen und der guten alten Vergangenheit. Die Welt brennt, weil der Thron der Königin verweist, und der König auf seinem Thron eingepennt ist. Jetzt ist die Zeit, da sie zurückkehrt und er erwacht. Die Welt braucht eine neue Sprache, radikal neue Visionen, neue ungewöhnliche Stimmen, neue Räume für Intuition, neue Formen der Führung und der Ko-Kreation, eine neue Art Computer zu programmieren, neue Prinzipien der Verteilung, neue Prioritäten und Werte in Politik, Wissenschaft, Wirtschaft und im Bett. Diese Welt braucht Menschen, die begreifen, dass die Ehrung des Weiblichen nicht die Bedrohung, sondern die Rettung des Männlichen ist. Befreie dein Geschlecht von allen begrenzenden Ideen und antrainierten Rollen. Du bist viel mehr als ein Mann oder eine Frau. Du bist ein lebendiger Prozess, ein unfassbar schöner, einzigartiger Tanz zweier kosmischer Urkräfte, Eros und Logos. Gott und Genesis sind in dir. Entfessel und ehre alle Kräfte in dir, die dunklen und die hellen. Und dann staune, was das Leben in dir gebären will. Du bist kein Irrtum. Du bist Genesis im Prozess. Wir danken dir, dass du diese Podcast-Folge mit Veit Lindau gehört hast. Wenn du jetzt neugierig geworden bist und wenn du gerne das Buch Genesis vorbestellen möchtest, dann schau mal unten in der Textbeschreibung vorbei. Dort verlinke ich dir alle Infos zum Buch, eine umfangreiche Leseprobe und einen Link, wo du es bestellen kannst. Ich wünsche dir einen wundervollen Tag.